Ich komme gerade von der Pressekonferenz, Dorfner macht das ja einmal im Jahr und ich war sehr erfolgreich, weil wir konnten wieder viele Aspekte unserer Unternehmensgruppe, gerade was wir im Jahr 2017, aber jetzt auch 2018 getan haben, vorbringen. Und ja, eine Geschichte, die liegt mir besonders am Herzen. Wir haben tatsächlich die 250 Millionen Euro überschritten am Gesamtumsatz und da wollten wir und auch ich wirklich herzlichen Dank an alle Mitarbeiter, an alle, die mitgewirkt haben, aber auch Lieferanten und Kunden wollten wir mal richtig Danke sagen und das soll vom Herzen kommen. Also vielen, vielen Dank und das ist eine tolle Geschichte. So haben wir das Unternehmen gerade in den letzten Jahren und 2017 ist da kennzeichnend dafür, gut nach vorne gebracht. Vielen Dank! Dorfner ist weiterhin auf dem Weg nach oben. Gebäudereinigung, Gebäudemanagement, Facility Management und natürlich unsere Servicedienstleistungen und Catering. Da sind wir immer dabei und wir wollen immer höher. Was bringt uns die Zukunft? Auf jeden Fall die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind genau Themen, die uns bei Dorfner schon immer bewegt haben. Wir wollen die Digitalisierung in allen unseren Prozessen verankert sehen, aber gerade das Thema Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Bei den Kunden, aber auch bei den Mitarbeitern, nicht nur bei den technischen Innovationen wollen wir hier Vorreiter sein und da müssen wir auch noch viel tun. Das Thema Führung liegt uns am Herzen und insgesamt alle Prozessarbeit Dorfner sollen Nachhaltigkeit beinhalten und das wollen wir also wirklich sauber und strukturiert durchführen. Alles Gute für die Zukunft. Toi Toi Toi!